Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal im Bad und zwar ein kleines Live-Update und ich dachte, ich mache mich dazu fertig. Ich habe gleich noch einen Physio-Termin, dann habe ich noch einen Termin in der Stadt mit einer Brand und dann noch ein Lunch-Date mit einer Agentur. Ja, 2024 ist ja jetzt schon fast einen Monat her und das letzte Jahr war echt spannend, aufregend. Und anders als das Jahr zuvor, das habe ich auch selbst richtig gemerkt als Freelancer oder Selbstständige, ist nie ein Jahr gleich wie das andere, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich benutze gerade aktuell richtig gerne dieses Lippenprodukt hier von Bioderm, gerade wenn ich mich fertig mache und noch mal was auftragen muss, also wenn ich noch mal irgendwie rausgehe. Ja, ansonsten finde ich das hier auch richtig nice. Boah, das ist so eine geile Lip Butter, die so ein bisschen, ja, verfärbt sich so ein bisschen auf der Lippe, aber die finde ich richtig gut. Genau, es ist kein Jahr wie das Jahr davor. Im besten Fall geht es alles immer bergauf, aber das kann ja auch nicht immer sein. Auf jeden Fall war das letzte Jahr, wenn ich so drüber nachdenke, trotzdem irgendwie ein so schönes Jahr. Ich habe so viele wunderbare Orte gesehen. Ich war wieder auf Mallorca. Ich war das erste Mal auf Sardinen, auf Corsica, das ja mit Glück durchschliefer, da sie ja die Kreuzfahrt machen durfte und mich mitgenommen hat. Das war irgendwie so eine geile Erfahrung und seitdem habe ich auch irgendwie Bock drauf. Natürlich ist es nicht umweltfreundlich, das wissen wir alle. Das habe ich eben schon benutzt. Ich liebe dieses Zeug. Ich habe hier gerade so einen richtig schönen Pickel bekommen. Der macht sich aber gerade wieder auf den Rückweg zum Glück. Ja, das war irgendwie total toll. Anfang des Jahres, letzten Jahres waren wir ja dann auch noch in Südafrika, was auch total schön war. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Lust, Ende des Jahres vielleicht nochmal irgendwo anders hin, ein bisschen weiter weg. Also vielleicht sogar nochmal Südafrika. Ich fand es einfach so, so nice. Ich fand es richtig toll. Essen, Preis, Leistung ist geisteskrank. Also wow. Klar, die Flügel dahin sind teuer gerade, wenn man wie wir relativ kurzfristig bucht, dann ist es teuer. Aber dort, sage ich mal, zu leben und gut essen zu gehen, next level. Und auch so Uber-Fahrten, crazy. Ja, dann ist mein Sohn ja letztes Jahr auch eins geworden, jetzt dieses Jahr zwei. Ja, ich habe meine Agentur gewechselt im Styling-Bereich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nicht den Support bekommen habe, den ich hätte bekommen sollen nach einem Wiedereinstieg. und ich habe dann aber irgendwie auch gemerkt, irgendwie muss mal was Neues her, ein neuer frischer Wind. Und ja, bis jetzt bin ich echt happy. Ich hatte ja jetzt am Wochenende auch wieder ein Shooting und ich habe gemerkt, wie sehr mir der Job eigentlich Spaß macht. Ich habe es richtig wieder gemerkt, wie viel Freude ich daran habe. Ich fand es einfach richtig toll. Hier haben wir einmal den Face & Body Primer. Den benutze ich aber eigentlich nur fürs Gesicht. Ich habe auch eine ganze Zeit lang den hier benutzt. von Olivia Palermo, Lacan so schön. Aber wenn ich danach mein Make-up auftrage, dann brennt das. Und ich glaube, das ist keine gute Kombination. Genau. Wie gesagt, ich habe gemerkt, dass mir der Job wieder richtig krass gefällt und ich wieder darauf aufbauen will, was ich die letzten Jahre so ein bisschen gemacht habe. Auch als ich schwanger war, habe ich ja den Job noch bis Anfang November, Ende Oktober irgendwie so ausgeführt. Und im Januar kam ja schon das Kind, weil ich einfach so Bock hatte. Aber ich habe irgendwann einfach körperlich gemerkt, geht nicht mehr mit den ganzen Bücken und so. Das war halt echt blöd. Und mein Arzt hat auch irgendwann meint, ich soll mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Nee, ich möchte, dass das Kind früher kommt. Anyway, genau so sieht jetzt gerade meine Base aus. Ich habe halt im Winter das Gefühl, dass ich irgendwie mehr brauche. Ich glaube, das haben die meisten. Und meine Haut auch irgendwie gerade so ein bisschen wieder durchdreht, halt durch diese ganzen Irritationen. Das kommt immer mal wieder, geht weg, kommt, geht. Und jetzt gerade ist es wieder richtig doll. Die Seite ist eigentlich relativ in Ordnung. Könnte auch daran liegen, dass ich jetzt seit zwei Wochen fast täglich Gua-Cha mache. Also in meinem Gesicht eine Gua-Cha-Behandlung. Und auch im Hals-Dekotier-Bereich. Bin gespannt, wie das läuft. Ich finde hier den Stein richtig gut. Der ist halt, ja, richtig schön fest. Geht nicht kaputt. Ich hatte jetzt ja schon zweimal diese Roller und die finde ich nicht gut. Die gehen super schnell kaputt. Not my favorite. Aber das finde ich richtig nice. Ja, also ich bin gespannt, was 20, 24 so bringt. Auch an Reisen, an Erfahrungen, an Kooperationspartner. Ich hatte ja Ende des Jahres noch eine Kooperation und ich musste original die Sachen am 1. Januar abschicken. Und ich saß am 23.12. noch hier dran und habe bearbeitet. Also das war crazy. Aber der Kunde war sehr, sehr happy. Genau, und der Content ist auch schon hochgeladen. Das war kein Content, der auf meiner Seite stattfindet. stattfindet, aber, also nicht richtig auf meiner Seite stattfindet. Und, ähm, yeah. Dann benutze ich hier, das soll ja so ein Charlotte Tilbury Dupe sein von ELF. Halo Glow Liquid Filter. Ich muss sagen, ich finde, der stinkt so ein bisschen. So komisch. Ich weiß nicht. Also der Geruch ist nicht so ganz meins. Aber ansonsten bin ich richtig happy damit. Wir waren ja irgendwie gefühlt alle gerade krank, beziehungsweise bei mir fängt das gerade so ein bisschen an, was mich richtig nervt. Weil ich das Gefühl hatte, boah, ich bin die Einzige hier im Haus, die das nicht abbekommt, richtig nice. Also hier war echt Land unter. Erst war der kleine Mann krank, aber so richtig krank. Also seitdem er auf der Welt war, war er, glaube ich, noch nie so krank. Also es war echt krass. Gefühl übergeben, aber das Seltsame war, er hatte einfach immer noch richtig gute Laune. Die ersten zwei Tage waren ich richtig verwundert, weil ich dachte mir so, wenn ich fünfmal am Tag mich übergeben muss, dann geht es mir aber ganz anders. Und ihm ging es richtig gut. Aber dann am nächsten Tag hat er dann schon gemerkt, dass ihn das schlaucht. Einfach auch, weil er nicht mehr das gegessen hat, an Mengen, was er sonst vorher isst. Also sein Frühstück und so, das war halt, ne, blieb halt so ein bisschen weg. Und dann hat ihn das doch geschlaucht. Aber es war so, würde ich sagen, so drei Tage. Und ja, jetzt geht es ihm wieder richtig gut. Lena ist heute bei Oma und Opa, hat heute bei Oma und Opa übernachtet, weil ja in der Kita gerade auch so ein bisschen Land unter ist. Wo wird wieder irgendwelche anderen Viren, ganz viele Pädagogen ausfallen. Und wer kann, soll versuchen, das Kind anders irgendwie unterzubringen. Und das haben wir jetzt gemacht, die letzten drei Tage. Müssen wir mal gucken, wie es morgen wird, weil wir natürlich auch irgendwie arbeiten müssen, Telefonate führen müssen, Konzepte schreiben, bla bla bla. Dafür braucht man ein bisschen Zeit und Konzentration. Ja, es war krass. Und Richard hat es dann auch, ja, Nütschi hat es dann auch richtig krass, richtig krass erwischt. Ich bin hier die eine Nacht wach geworden. Ja, durch seine Aktion im Bad, durch sein Erbrechen im Bad. Und ja, der hatte das dann auch anderthalb Tage. Und dann war es auch vorbei. Genau, jetzt habe ich meine Foundation aufgetragen. Ich finde, die verschmilzt immer sehr gut mit meinem Hautton. Also die mag ich sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten haben wir ja den zweiten Geburtstag von dem Kleinen gefeiert. Das Thema war Bagger, weil er liebt Bagger aktuell so krass doll. Er hat so viele Bücher, so viele Bagger und Autos auch geschenkt bekommen zum Geburtstag. Einer seiner besten, also ich würde sagen, sein bester Freund aktuell, war dann auch da mit der kleinen Schwester. Die ist jetzt ein bisschen über zwei Monate. Die ist auch im November geboren. Und Mama und Papa. Und das war total schön. Und seine Patentante war noch da. Und seine Tante, seine andere Tante. Und ja, wir hatten hier einen richtig schönen, entspannten Nachmittag. Das war richtig cool. Also ich finde es auch so erstaunlich zu sehen, dass Sian und sein Spielfreund so ähnlich sind. Also es ist so witzig. Das ist so lustig, die zu sehen. Genau. Und dann haben wir Geburtstag gefeiert, mit den Ballons gespielt, die hat auch auf dem Autoteppich gespielt. Also es war richtig schön. Und ja, die werden halt alle super schnell groß. Und das ist mir auch aufgefallen, vor allem jetzt so in den letzten Wochen, sagen auch immer so viele, der ist ja total groß geworden und der hat voll den Sprung gemacht und sprachlich und so. Und wir so, ja, das ist halt einfach crazy. Du darfst ja auch nichts mehr richtig vor ihm so sagen, weil er alles immer total gut aufschnappt. Das ist crazy. Und das ist jetzt nicht nur so ein Ding so, weil es mein Sohn ist, sondern uns haben das ja auch schon Ärzte gesagt, dass er sprachlich relativ weit ist. Das kann natürlich irgendwann auch stoppen, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist er schon weiter als manche Zweijährige. Er ist natürlich auch einen Ticken größer, was auch total ungewöhnlich ist, weil wir ziemlich super klein sind. Und davon gehe ich mal aus, dass das stoppen wird. Aber ja, man muss echt aufpassen, was man in seiner Gegenwart sagt, weil er so ein gutes Gehör hat und Worte richtig gut aufschnappen kann. It's crazy. Genau, Concealer benutze ich gerade LA Girl. Den habe ich schon so lange. Ich habe auch letztens gedacht, man geht ja eigentlich mal leer. Es kann ja gar nicht sein, dass da so viel drin ist. Und von Laura Mercier das Banana Powder, oder das Concealer Powder. Ja, also ich freue mich auf dieses Jahr. Ich möchte Social Media mäßig noch mal so ein bisschen kreativer werden. Huch, mir ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Also ich finde, als der Kleine geboren worden ist, habe ich das noch relativ gut hinbekommen. Aber dann werden sie auch älter, aktiver. Das Zeitmanagement von einem selbst ist ja ein ganz anderes. Und das finde ich so krass, weil wenn die so ganz neu auf der Welt sind, you have a lot of time. Du hast so viel Zeit, dein Krams zu machen, weil die ja so viel am Anfang noch schlafen. Und das ist halt original auch so schnell wieder vorbei. That's crazy. Ja, da will ich dieses Jahr auch ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Ich habe wieder Bock, huch, ich habe wieder Bock so ein bisschen meine Garda Rubi zu ändern. Ein bisschen, ja, noch mehr meinen Stil zu füllen. Ich bin ja jetzt noch 30. Okay, heißt gar nichts, aber ich habe Bock, mich da so ein bisschen mehr auszuprobieren. Dann sind wir ja irgendwie immer noch auf der Suche nach einer etwas größeren Wohnung beziehungsweise eine Wohnung mit ein bisschen mehr Charakter. Wir haben bis jetzt immer in einem Neubau gewohnt und wir lieben das auch. Also Neubau ist, finde ich, next level. Du hast eigentlich so heiztechnisch nie Probleme und so. Aber es ist halt irgendwie alles dann doch so der gleiche Abklatsch, was ja auch nicht schlimm ist. Aber es gibt in Hamburg noch so ein paar Ecken, die wir ganz nice finden und wir gucken gerade. Hatten jetzt ähm vorgestern auch eine relativ schnelle, spontane Besichtigung und die Wohnung war ein Träumchen. Einzige Manko, die hat halt auch nur drei Zimmer. Wir wohnen jetzt auch gerade in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit knapp 100 Quadratmetern und die hat auch drei. Ist ein bisschen größer, aber vom Feeling her ist es genau was irgendwie, was wir suchen. Deswegen bin ich gespannt, ob es hinhaut oder nicht. Ja, ich will dieses Jahr auch noch mehr meine Freundschaften pflegen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es letztes Jahr noch ein bisschen zu kurz kam, weil ich so oft diese Phasen hatte, wo ich einfach heftig müde war und auch einfach zu spät ins Bett gegangen bin. Das möchte ich auch so ein bisschen, dass ich mir mehr Zeit für mich nehme, früher ins Bett gehe, mehr lese. All solche Sachen sind halt für mich gerade super, super wichtig. Dass ich mich in meiner Haut richtig wohl fühle. Ich mache jetzt wieder auch vermehrt Sport. Das kam jetzt natürlich auch die letzten anderthalb Wochen zu kurz, aufgrund von Krankheit und Co., aber da möchte ich auch wieder mehr machen. Ich ernähre mich besünder, ich versuche, mehr Wasser zu trinken. Ich hatte ja letztes Jahr eine Ziste. Bevor wir nach Mallorca geflogen sind, war ich nochmal beim Arzt, weil ich so krasse Unterleibsschmerzen hatte, aber immer nur auf der einen Seite und die wurden geführt von Woche zu Woche mehr, bis ich irgendwann nach der Saison nach der Saison kontrollieren lassen. Dann war ich da, hat er gesagt, ja, da ist was. Es könnte tatsächlich sein, dass es dem Platz dann muss ich sofort ins Krankenhaus. Ich soll mir schon mal auf Mallorca einen raussuchen, falls das sein könnte. Es könnte auch sein, dass es wieder zurückgeht und ich habe dann dafür eine Art Pille bekommen. Ich glaube, es war eine Pille. Ich habe es danach begoogelt und das ist eigentlich eine Pille. Die habe ich schon davor bekommen. So, und ich hatte das Gefühl, dass es dadurch kam und der Arzt meinte, aber zu mir, ich muss es jetzt weiternehmen, weil dieser Stoff, der da drin ist, bewirkt, dass sie dann wieder sozusagen zurückgeht. Das habe ich dann gemacht und jetzt war ich ja wieder beim Arzt und alles ist tutti, also alles ist super. Ich nehme die Pille auch nicht mehr und ja, ich will so ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten, was mich echt killt, was mich richtig nervt, dass ich einfach zu wenig Wasser trinke. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es einfach nicht. Es gibt mal Tage, da schaffe ich es richtig gut, da werde ich aber auch alle zwei Minuten auf Toilette und jetzt so die letzten Tage, ich weiß es nicht. So Tee habe ich ganz schön gut getrunken, aber ich möchte einfach Wasser wieder viel trinken und wir trinken zu Hause auch eigentlich generell nur Wasser, also ich eigentlich nur Sprudelwasser, der Kleine auch, der liebt Sprudelwasser und Richie überwiegend stilles Wasser, aber ich kriege es einfach nicht hin, dass ich mehr trinke. Das nervt mich heftig doll, das nervt mich richtig, richtig doll. Das muss so ein bisschen mehr werden. Ja und ich hoffe, dass ich da einfach so ein bisschen konsequenter sein kann. Als Powder Foundation nehme ich den hier von Fenty Beauty, das ist die Nummer 450, ich dachte gerade, das ist irgendwie zu dunkel, 450 und das hier ist ein Pinsel von Hourglass. Mit dem gehe ich dann immer so übers ganze Gesicht um das so ein bisschen abzumattieren beziehungsweise ja, ein bisschen ins Gesicht zu pressen. Dann benutze ich die Farbe 480 zum Konturieren. Meines Gesichtes ist ein deutlich dunklerer Ton. Genau. Ja, ansonsten mache ich ja nebenbei immer noch so ein bisschen TikTok, aber irgendwie hat mich die App immer noch nicht so richtig gecatcht. Für mich ist es gerade tatsächlich auch nur mehr Arbeit, weil ich gerade so viele Plattformen bespiele. Ich liebe aktuell ja gerade YouTube richtig doll. Auch wenn die Resonanz dann auch nicht so krass ist, aber ich mag das einfach dieses Persönlichere. Meine aktuelle Vlog-Kamera ist ja, die musste ich einschicken, weil die kaputt ging. Das finde ich richtig krass. Meine erste Kamera, die habe ich ja immer noch, die ist ja nie kaputt gegangen beziehungsweise die ist einmal auf den Boden gefallen und das Display ist gesprungen, aber ich musste die noch nie einschicken. Die Kamera habe ich jetzt ein bisschen über ein Jahr. Also ich finde die richtig doll. Nervt mich auch total. 2L stehen ja noch nicht so krass viele Events statt, aber ich habe schon Bock, das wieder mitzunehmen und ich kann das irgendwie nicht mit dem Handy, weil das Handy ist für Stories und Coda, aber irgendwie nicht für Vlogs. Oder ich muss mich einfach dran gewöhnen. I don't know. Freue ich mich aktuell auch sehr für und ich sehe, dass das gerade so gut läuft mit der Hochzeitsvideo-Fotografie durch Mundpropaganda tatsächlich. Er hat zwar schon eine Instagram-Page, aber keine Website beziehungsweise die ist gerade immer noch im Aufbau. Er ist sehr perfektionistisch, was das angeht, aber ja, Februar hat er jetzt noch eine Hochzeit. Er war jetzt ja letztes Jahr zweimal in Zürich aufgrund von Feiern, die er aufnehmen sollte beziehungsweise Hochzeit. Das freut mich sehr für ihn, weil ich merke, dass er da richtig drin aufgeht. Er liebt das. Es ist voll sein Ding, aber auch in der aktuellen Arbeit habe ich das Gefühl, dass er sich wieder viel mehr gefunden hat, viel mehr Spaß daran hat. Augenbrauen sind so wichtig, ne? I'm telling you. Finde ich auch voll schade, dass ich so wenig Haar habe, um die so richtig geil hochzustylen. Ist so ein bisschen das Ding, aber was ich auch krass finde, nochmal zurück zum Thema Wohnungen, weil ich so ein paar Leute kenne, die gerade aktuell suchen. Was ist denn los mit den Preisen? Also, wow, it's crazy. Es ist ja gefühlt komplett normal, drei auszugeben für so eine etwas bessere vier- oder fünf-Zimmer-Wohnung, wo man noch so ein bisschen zentraler ist. It's crazy. Ich war ja auch nie der Mensch, der so dachte, Haus ist voll geil, fand ich nie cool. Aber ich sag dir, wenn man ein Kind hat, ist alles anders. Weil vieles sich natürlich auch im Haus abspielt. Und wenn ihr so einen Garten habt oder eine große Terrasse, ich finde, Balkon ist ja schon next level, wenn man heutzutage einen Balkon hat. Also wir haben zum Glück einen, der auch relativ okay groß ist. Aber wenn du nochmal so einen Garten hast oder halt eine fette Dachterrasse, dann ist es mit Kind so viel einfacher, Sachen auch zu erledigen. Ich hätte es niemals gedacht, dass ich so ein Typ Mensch bin. Aber es macht wirklich was aus. So, jetzt habe ich so ein bisschen meine Augenbrauen gemacht. I don't know. Und dafür benutze ich gleich nochmal, um die so ein bisschen zu setten von ELF, dieses Jail. Das finde ich sehr, sehr gut. Für Instagram versuche ich auch ein bisschen mehr Struktur aufzubauen, weil ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie manchmal einfach nur so poste. Ich glaube, da muss nochmal so ein bisschen mehr Tour her. Ich will viel mehr das Styling-Ding mit einbringen, weil ich auch einfach Bock da drauf habe. Ja, und also in allererster Linie muss das Wetter wieder besser werden, weil uns das jetzt die letzten Male oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was Shooten angeht. Weil ich wieder eigentlich richtig Bock habe zu shooten, aber es ist basically gerade sehr schwierig mit dem Wetter. Sehr, sehr schwierig. Dann ist man, glaube ich, wieder auch in besserer Laune. Wir kochen jetzt auch vermehrt wieder. Wir kochen ja eigentlich fast eh viel, aber wir kochen halt vermehrt frisch und auch so ein paar vegane Gerichte. So ein bisschen mehr auf sich achten. Das finde ich und ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Auch, dass wir das einfach unserem Kind vermitteln. viel Obst, viel Gemüse. Ich bin ja froh, dass er so Brokkoli voll gerne mag. Er liebt ja auch oder trinkt auch total gerne den Selleriesaft, den ich immer mache. Magda sagt immer, Sellerie, Sellerie. Finde ich schon krass, dass er das so trinkt, aber ist auch lecker gemacht. Ihnen einfach ein gesundes, normales Bewusstsein für Ernährung irgendwie zu übermitteln. Wir haben es ein Jahr lang ziemlich gut geschafft, dass er keinen Industriezucker richtig isst. Also das war crazy. Und jetzt, als er krank war, wurde uns ernsthaft vom Arzt gesagt, er soll Carbkirsonne trinken. Nee. Er trinkt nichts Süßes, außer halt Wasser. Und auch in der Kita, als wir bei der Eingewöhnung waren, haben sie ja immer einen Botticht mit Wasser und einen mit so Tee. Und er mochte den Tee nicht. Und ja, das war ein bisschen blöd, jetzt wo er krank war, weil die Ärztin auch meinte, das ist halt das, wo er jetzt Energie daraus schöpft, durch diesen Zucker. Und dann haben wir halt, habe ich einmal eine Carbkirsonne gekauft und dieses Immungetränk von, ich weiß gar nicht, wie die Brand heißt, diese typische Flasche, die es auch in so Kleinen gibt. Und dann haben wir die aufgemacht und er mochte Carbkirsonne einfach gar nicht. Er hat es nicht getrunken und das fand ich richtig krass, weil zum ersten Mal dachte ich so, jetzt darfst du und du trinkst sie nicht. Genau, dann habe ich ihn aber den anderen Immunsaft gegeben, hatte einen Schluck genommen, fand er dann auch nicht mehr so gut. Dann habe ich noch mal die Carbkirsonne angemischt mit ein bisschen Wasser und das fand er dann okay. Aber ja, das hat er so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er darf jetzt auch Zucker essen. Natürlich achten wir schon darauf, dass es nicht nur sowas ist. Aber ja, jetzt in der Situation dachten wir echt so, hm, Mist, nicht so gut gewesen. Beziehungsweise doch eigentlich gut gewesen, aber war irgendwie lustig auch zu beobachten. Ja, wisst ihr, was mich richtig nervt? Ich filme jetzt auch so ein paar Sachen mit dem Handy. I'm a bit used to it right now. Aber ich habe da so ein altes Handy. Also ich finde nicht, dass ich ein altes Handy habe, aber in Social Media Kreisen beziehungsweise wenn man Sachen damit, also wenn man damit arbeitet. Und ich hatte das jetzt tatsächlich auch schon, dass ein, zwei Kunden wirklich danach gefragt haben, Content mit dem Handy aufzunehmen. Ja, die Qualität von meinem Handy ist einfach nicht mehr gut und ich brauche very soon ein new phone, aber ich würde kein Geld gerade dafür ausgeben. Gut, ich kann es absetzen, aber es ist ja trotzdem wieder Geld, was dann erst mal weg ist. Ja, das ist echt krass. Also ich war auch echt erschrocken, als ich die erste Anfrage bekommen habe, wie wir dann alles super professionell mit unserer Kamera aufgenommen haben und Gimbal und so. Und die dann so, der Content ist wirklich richtig, richtig schön, aber könnt ihr das mit dem Handy aufnehmen? Ich so, what? Das ist ja auch so vom Dynamischen her was ganz anderes, gerade weil das ja auch so Laufsequenzen waren und so. Und die so, ja, uns ist es wichtig, dass es mit dem Handy aufgenommen wird. Fand ich crazy. Aber das haben wir auch gut gemacht. Der Kunde hat mich ein zweites Mal gebucht, also gehe ich mal davon aus, dass wir das ganz gut gemacht haben. Deswegen bräuchte ich eigentlich mal ein neues Handy mit Laptop und so bin ich zufrieden. Und ich bin ehrlich mit euch, ich hätte voll gern die AirPod Max, diese so großen Dinger. Ich finde, die haben voll den Vibe. Ich finde die richtig cool. Ich habe auch schon, ich kenne auch schon ein paar Leute, die die haben und die sagen alle, dass die Dinger richtig nice sind. Und ich hätte die auch gerne. What should I do? Ich finde die richtig nice. Vielleicht, wenn ich so ein, zwei Kilo abgenommen habe, gönne ich sie mir. I don't know. Wahrscheinlich mache ich das eh nicht, wenn ich dann wieder denke, okay, zu teuer. Ja, also wie gesagt, bin gespannt, was jetzt das Jahr so mit sich bringen wird. Wenn man so ein Kind hat, ist man irgendwie noch, sag ich mal, angespannter, weil man ja noch für eine andere Person, für so einen Mini-Menschen, Verantwortung übernehmen muss. Auch beim Shooting mit dem Fotografen, mit Cameo, der hat ja auch einen Sohn. Der ist genauso alt wie unser Sohn. Wir mussten so lachen, weil die einfach, die beiden, sind einfach wie Twins. Der eine mit schwarzen Locken, der andere mit blonden Locken. Und die sind sich einfach so ähnlich. Das ist so lustig. Die haben sich richtig gut verstanden, haben in seinem Zimmer gespielt. Und da haben wir halt auch über das Thema geredet. Und wenn halt Kinder im Spiel sind, die haben jetzt ja sogar zwei, ist man irgendwie nochmal ganz anders bei der Sache. Boah, und die haben zum Beispiel so eine geile Wohnung. Die wohnen in so einer, in so einer Industriehalle. Ich glaube, die Decken sind, weiß ich nicht, fünf Meter oder so hoch, vier, fünf Meter. Also, mir bestimmt fünf. Crazy. Genau, und ich habe das Styling ja da gemacht. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis und werde es euch natürlich auf meinem Styling-Account dann posten. Ja, ich bin einfach, ich will einfach dieses Jahr ein bisschen mehr auf mich achten, mehr auf mich achten, mehr auf mich geben, mehr auf mich hören, wenn ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Lieber einmal mehr zum Arzt, lieber einmal mehr sich auch so, lieber einmal sagen, du ey, sorry, es passt heute nicht, weil ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, das ist auch immer so das Ding, dass man so ein bisschen Angst davor hat. Aber ich glaube, man selbst sollte, einen selbst sollte, das Wohlbefinden von einem am wichtigsten sein oder mit einer der wichtigsten Punkten. Natürlich ist mir das Wohlbefinden von meinem Kind noch tausendmal wichtiger, aber man sollte sich selbst irgendwie nicht vergessen. Und ich finde, das konnte ich im ersten Jahr eigentlich ganz gut, aber im zweiten Jahr sind dann natürlich deine Prioritäten ganz anders gesetzt. Das möchte ich wieder so ein bisschen mehr machen. Ich habe ja noch vor dem Geburtstag so ein paar Gutscheine bekommen für so Skincare und Hydra-Facials und so, das will ich alles machen. Und ja, also ich bin richtig gespannt und ich hoffe, dass ihr den Weg mit mir geht. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal ein paar neue Konzepte für YouTube ausarbeiten und machen. Ja, ich glaube, wir können alle gespannt sein, wie das ja so wird. Ich hoffe, ohne Bad News aus der Welt, weil das merke ich gerade, kann ich gar nicht mehr. Das macht total viel. Ich liebe diesen Highlighter von Chanel. It's the best. Das merke ich, kann ich gar nicht mehr. Das ist way too much for me. Darauf komme ich nicht klar. Ohne Witz. Das ist echt heftig und irgendwie auch so normal geworden. Das finde ich halt so schlimm. Das ist basically einfach normal geworden. Mag ich gerade aktuell sehr gerne. Not too much. Und ja, das ist, puh, also, da muss ich manchmal echt schlucken und denke mir so, in wat für eine Welt habe ich mein Kind hier reingeboren. Ja, das ist crazy. Das ist richtig, richtig krass. Ich glaube, dieses Jahr stehen ja auch wieder, stehen dieses Jahr die US-Wahlen an. Auf jeden Fall ist ja gerade Wahlkampf. Und da dachte ich auch schon so, hm, geil. Ob sich das, ob sich das Ganze wiederholt? I don't know. Nun tut man das natürlich nicht, aber, ja, not nice. Also, ich bin soweit fertig. Mach jetzt nur noch hier das hier. Leading Spray. Ja, und dann ziehe ich mich gleich um und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meinem Kanal und ihr begleitet mich in diesem Jahr erneut. Ich habe auf jeden Fall immer mehr Spaß daran. Ja, und hoffe, dass es einfach, wenn es alle ein schönes, erfolgreiches Jahr wird, mein Make-up is ready. Ich freue mich auf die Physio. Ich mache gleich für Richie und mich frühstücken. Dann holen wir, dann machen wir erstmal die Termine, dann holen wir den klein ab und gefühlt ist der Tag dann auch schon wieder um. Ja, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder auf meinem Account und bis dahin, schöne Woche. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.